hallo und herzlich willkommen willkommen heute hast du glück dann ist es nicht wirklich erhebte erzelt er ist der dritte buchstabiert doch alle weil es ein rückwärtsbilder ich bin die 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 irgendjemand das war ich das war alles weiter Geil, Digga Das ist nur ne Spock Fuck Ja, Presse halt RedX ist gerade gestorben Der ist hier untergeflogen Oh, okay, man hat da oben geschmissen Ist ja Hammer Bibo Hier schießt irgendjemand auf mich Bibo Alter Toll das Du hast geschossen? Ja, klar, aber denkst du, wenn du neben mir stehst, dass ich auf ihn schießen würde Was würde mir das bringen? Weiß nicht Vielleicht hast du ihn ja nicht gesehen, Bibo Doch, ich hab ihn nicht angeschafft Er ist jetzt alles gestorben Doch, ich hätte ihn jetzt schon zweimal töten können Ja, 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 ja Ja, ja, Bibo, ja, ja Ohne Scheiße, Jimmy ist das Ja Ach, jetzt bin ich auf sein Ja, ja, ja Oh, Bibo, du Fotze Bibo hat mich angeschafft Warte kurz, warte kurz Warte kurz, hier, meine Waffe Ja, meine Pistole Töte ich euch gegenseitig, Mann Jimmy? Okay, er war Traitor Äh, er war innocent Du kannst mich abknallen Was ist Radix? Also, falls du mir nicht glaubst Du kannst mich abknallen Ja, du tötest einfach Ich weiß nicht Ich wurde hier grad angeknallt, Alter Junge, ich hab nur elf lieben, ey Warum hat er dich angeknallt? Weiß ich dich Ich hab einfach zurückgeschossen aus Panik Oh, du Fotze Ich hab keine Waffe Oh, ich hab keine Waffe Alter, Jimmy, du bist da Ich hoffe, du weißt Es tut mir leid, Bibo Alter, der Aurex muss das wollen, Alter Ich hab dich wiederbelebt Ich hab dich wiederbelebt Wie ist es gegangen? Alter, bist du gegen Klatscher Ich hab dich wiederbelebt Mit dem Defibrillator hab ich dich wiederbelebt Oh, ja, Bro Hauptsache Kaneki Also, Maxi jagt sich, äh, fällt selber runter Und ich werde absolut weit geschleudert von dieser scheiß Discom, Alter Radix, ich wurde gerade wiederbelebt, gell? Ja, ja, ich hab's gesehen Er ist ziemlich weit unten, der Defibrillator Alter, meine Fresse, ey Ich bin geflogen, Alter Ich so, nein Ich hatte Glück, dass ich noch nicht so viel gekauft hab Und dass da keiner kam und die Leiche zu beäugen Du warst Traitor Ja, ich war Traitor Ich hab auch meinen Kollegen wiederbelebt Jawoll So geht das Du hast gerade gewonnen, eigentlich Traitor oder Indus? Ja, Traitor Traitor Ich bin mal mit Lachen Mit Lachen Ich bin mal mit Lachen beschäftigt Oh, Alter Oh, Alter Ja, ich geh Timo ist fix Traitor Weil ich immer weg hier muss Ich bin der Traitor Aber der Wunder Oh, oh, oh Hey, ciao Oh, Boa, Alter Entschuldigung, ich dachte du hast ne Traor Alter Oh, Leute Vivo Vivo Jo, wir müssen shoppen Au, 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 au Nicht auf mich Au, Leute Sorry, Alter Moritz Was ist denn Schatz? Auffassen? Nee, doch nicht Ey, ich war gerade Ich war so genüsslich am shoppen Gerade auf einmal Alter Moritz Sorry, Alter Du hast nur irgendwas in der Hand gehabt Und gehst dann vor, zurück Vor, zurück Du musstest du gemacht Dann zeigst du dich wieder Dann hab ich Du hast die Insel anfangen zum shopper schießen Warum? Ja, weil ich fast kein Leben mehr hatte Weil die einfach behinderte Granaten rumwerfen Ja, wow Oh, das ist selber Zeitzig Ja, ist aber so, Mann Ihr wirft da die Granaten zu behindert rum, Alter Ja, dafür sind die Discus da Dafür sind die Discus da Alles klar Was anderes da Aber nicht sinnlos rumzuwerfen, du Koffer Du Koffer Was sollen die denn sonst da sein? Wollt ihr aus der Deckung schleudern? Ja, genau, wieso taktisch spielt bei dir auch Warum nicht? Bin der Traitor Bin der Traitor Warum mach ich jetzt auch so? Ich möchte auch überall Nades hin Lol, da war ne Nades Hallo Aua Der Schuss kam von oben Wurde angeschossen Alter, schau Warum wurde ich angeschossen? Ich stelle mich jetzt hier ins Eck, Alter Hab ich dich jetzt angeschossen, oder was? Keine Ahnung, wer mich angeschossen hat Auf jeden Fall warst du wieder ne Nades Ja Alter, Marvin, komm hier schnell Ne, ich bin hier, ich bin hier, Bibo Alles gut Was hat der in der Hand gehabt? Was hat der gerade in der Hand gehabt? Ich weiß es nicht Das doch, das hab ich in der Hand gehabt Alter, ne Nades Ich töte dich gleich Ne Nades Ich bleff die Nades, ich bin nicht so norni Da kommt der Reddick Der hat bestimmt irgendwas anderes in der Hand Was hast du in der Familie in der Hand? Reddick, stopp Weck doch Oh, hallo Oh, dann komm mal her Ich mein mein Reddick so schnell ist später Hast du gerade gestoppt, Arnie? Was? Du bist gerade so gelaufen Ja, natürlich lauf ich so, weil ich irgendwas ausweichen muss Was warst du? Ja, keine Ahnung Nades zum Beispiel Die fliegen ja gar keine Ahnung Ja, keine Ahnung Uh Reddick's Reddick's ist Woher kam das? Was war das? Wer war das? Ich weiß es nicht Irgendwas ist sie gerade Wer war das? Ich weiß es nicht Wacht sie war das Ich wusste mich Morir war gar nicht Ich wusste mich Du kannst du dich jetzt leider töer Ich weiß dass du mich eigentlich Ich weiß dass du mich eigentlich Ich weiß dass du mich eigentlich Ich weiß dass du mich verobert hast Oh Gott gibt's so gekollt Das ist eine Stimme gehört Ich weiß es Weil ich hab dich zu geohnt Ich weiß es was damit Du hast du mir trotzdem gemacht Ich weiß nicht Ja, du hast du mir heute Ja, ist doch gut Ich hab dich gewusst vor allem von einfach an weil immer wenn du ihr seid bist so viel mehr doch riesig an der warum wollte ich zu dir kommen weil du mir die tipps geben also ich habe gerade wenig geredet das stimmt aber das war weil ich am essen ja doch das geht ja doch das geht los 4 sekunden das ist nicht gut ich verstecke mich gestorben soll das jimmy folge dich das hallo ich beobachte ja okay dann beobachte auf dem boden alter und nicht auf ich habe raket mehr vergehört ich habe raket mehr vergehört das war ein raketenwerfer weiter und nur marvin ist da unten gelaufen ich hoffe ich hoffe ich auch warte kurz ich auch mich hier auf bbbbbb ich habe einen raketenwerfer gehört ja du trotzdem muss ich schwöre getötet schießt immer auf irgendwen er war auch in hotel ist überhaupt nicht lustig mann da ist das jetzt macht gar kein bock so jimmy erhört irgendwas ja ich habe das macht so macht es keinen sinn ich war 20 leben noch das hört sich aber weniger nach 20 an oder wäre es gerade runtergefallen gott alter jimmy alter marvin du bist so eine fotze alter so eine richtige dreckige fotze ich wollte dich nicht töten weil du so salzig warst alter das war der einzigste grund warum ich dich nicht getötet und ich habe gehört wie die scheiß raketenwerfer nachgeladen hast du fotze alter jungen war ja auch richtig so jimmy ich habe erst mal die detektives im schild von brennt ausgetötet habe ich die super du bist du hast du bist nicht getötet du bastard du hast die was freundschaften zerstört ich bin von da oben hoch in die oberste kante und dann runtergeklatscht und was ist so schön dass du aus marvin kommt man den lüfter eigentlich hier runter ja ich muss an den seiten runter und an der möte hoch an den seiten runter und an der möte hoch ah nee was wirfst du da fällt man nicht zu dolle runter also zu schnell nein 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 du gehst langsam runter und das wir sind runtergefallen oh schon wieder länger dein ernst wie viele du bist so ein irgendwann kriegst du das so zurück ne alter aua Daniel Daniel ne 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 warte mal warte mal ich hab grad Daniel getötet ich hab auch mit Daniel getötet er war auch renoscent er war auch renoscent oh 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 alles random killer wow ne aber Daniel hat Maurice getötet aber das wahrscheinlich nur weil er wieder Discom gestritten müssen hat oh fuck sorry Daniel ist das mal der Twitter nein wer hat dieser wenn dieser etwas runterflogen ist mit der Disco-Bombe achso ne weiß ich nicht warte mal wo ist er gelandet? hast du gesehen wo der ist? ne irgendwo ach da warte mal ja da ich sehe eine identifizierte Leiche ja war Traitor lol war Traitor ok einer von euch beiden es ist einer von euch beiden wer wer wo Jimmy oder Maxi also Lukas ist innocent Maxi ist Redex oder was ich bin's ich bin's ich bin Dorte 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 Dude wir hatten Dorte was war er warte ich schieße auf niemanden hast du ihn getötet? jaja ich tue sind Dorte ja ist er tot confirm Gute Buretsohn Ich wusste das, wenn ich nicht confirmste Daniel, warum hast du mich eigentlich jetzt einfach umgebracht? Wenn du die ganze Disco kühlschmeißt und Feuer und... Ja und dafür sind die ja da! Nein, nicht, dass man die auch neu geschmeißt Nein, echt nicht durch Also wenn du bei Innocent bist, ist das echt scheiße Wer hat denn hier die Minuspunkte? Und Alter, Momo, man könnte dich so gesehen als Traitor bezeichnen, weil du da mit der Disco oben rumgeschmissen hast Weil als Traitor wär's wieder berechtigt Aber trotz hätte er erstmal ja mal habe ich nie den PC gelassen können Du hast eigentlich nur so gesehen Ich habe einen Traitor getötet Ja, aber ich habe einen Traitor getötet Ich hätte 5 auf Ema Ja, ich hatte auch 3 Ja, und du hast noch 3 Innocent verletzt Hä, ich habe einen Mono-1 Nein, nein, nein Ich bin T-T-T-T Nein Okay, da ist man runtergefallen Ich bin nach Preparation geworfen Ich bin nach Preparation geworfen Siehst du Ich bin nach Preparation geworfen Ich bin nach Preparation geworfen Ich bin nach Preparation geworfen Nein Am besten Momo kann ich wieder töten, ey Okay, ich bin gleich im Tod Oh, da ist er Tschüss Ohohohoho Der arme, Alter Hm, was war er? Wurde er jetzt? Ja, aber ich glaube nicht so... Wenn er Traitor wäre, dann äh... Würde er wahrscheinlich nicht einfach freiwillig in den Tod reinspringen Ja, und du würdest nicht absichtlich den anderen töten wollen Ich töte dich jetzt Schmeiß ich mit der Pistole ab, ey, du Fotze Du bist definitiv ein Traitor, Alter Du regst dich immer auf, wenn du Traitor bist und dann im Verdacht steht Ich Jimmy ist Traitor Schmeiß seine Waffe weg Jimmy, ich schmeiß seine Waffe weg So Wenn du mich jetzt abknallst, Alter Dann ist es Random Kill Ohne Scheiß Ich weiß Er ist unten pro Traitor Warum, warte kurz, warum bin ich Traitor? Das ist jetzt ein Gericht Ja, erstens Ja, erstens Okay, ich hab nichts getan Ich hab nichts getan, das hast du gesehen Warte kurz, lass mich, bitte lass mich in Deckung Bitte lass mich in Deckung Alter, ich bin halt rum herangeschmissen Verpiss dich, du Fotze Jimmy, jetzt ist der andere Jimmy ist, Jimmy ist Jimmy ist Jimmy ist Jimmy ist Jimmy ist Mein erstes Ja, ja Und oben Töte ihn Er ist Traitor, ja Er hat irgendwas in der Hand gehabt, um auf mich fetzen Leckerne Mega Der andere ist oben bei mir Ja Ich bin so schlecht Ich sag's aber Alter, der Jimmy war's Ich bin so schlecht, Alter Aber hätte ich ihn getötet, Alter, wäre es Er wäre wieder mad gewesen und random Das stimmt aber, weil ich nichts getan habe Ja, aber jetzt hast du's getan Ich hab dich nicht random gekillt Bibo, ich habe nichts getan Nee, hast du ja auch nicht an sich, aber Jimmy, ich hab dich nicht random gekillt, Jimmy Ich hab gewusst, dass du was gehabt hast Mein Gott, ey, Maurice, man Du hast nämlich nichts auf mich geworfen Du wolltest aber gleich deswegen Maurice töten, weil er den anderen getötet hat Jimmy, was hast du auf mich geworfen? Äh, Bumerang 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 Ach ja, genau Salo Joe Thank you